Hallo, wir sind wieder da! Hallo, wir sind wieder da! Das ist sein Mikro war auch grad voll. War das jetzt noch im Video? Ja, definitiv! Ja, das tut mir leid. Was du grad gesagt hast. Sag halt das nächste Mal so 3 zu 1 oder so was, wenn du was startest. Nee, Spartan ist immer besser. Egal, ich komme hier echt bis zum Beispiel. Und wir sammeln jetzt die letzten Sachen, die uns fehlen. So, kann man was geben, oder auch nicht. Erwählt von einem Artefakt, dessen Namen lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Oh! Lädt! Überspringen! Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerwaldzauber studieren konnte. Vor den spöttischen Augen seiner Frau. Mach mal Fenster zu. Draußen? Ja, draußen. Ich weiß gar nicht, wie laut sich das anhört. Ich denk schon, die stehen neben dir. Hey, macht was aus? Ich bin hier am Schlafen. Und die sitzt vor Fenster. Ich bin hier am Schlafen. Super Fenster. Wir sind alles da zur Zeit. Äh... Was ist denn? Zwei. Wer ist da? Ich bin hier am Menschen in Lied. Wie Seltsam. Das war der Licht. Ich mach Moonwalk. Ich mach Moonwalk. So, wir müssen alle Gegner schnitzeln, ja? Wie seltsam. Haben wir jetzt eigentlich schon alles? Ja. Der Weg nach vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin- und hergerissen, folgte er ihm. Äh. Äh. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Der Trine. Was? Ponthius. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Ponthius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Alptraum jemals enden? Wie den Hut einfach in der Plattform ist. Durch seine Proteste wusste Amadeus, dass die Hände einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranten waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ich werde herausfinden, wer dahinter steht und ihm eine Lektion mit meinem Schweren erteilen. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Kürbiskuchen durchgeführt. An der Stelle habe ich nur das eine Feine für mich gefehlt. Oh-oh, das sieht gefährlich aus. Da fahr. Ich bin Pontius, der Mutige, und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Der Trine! Hm, Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat, aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Ah, das war ein Schett. Spät in der Nacht war Zouja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Gibt's hier überhaupt noch Gegner? Ja, aber wenn Monster-Farm zählt, müsste es hier ja streng genommen Gegner geben. Wir sind da Null von Null, weil es keine gibt. Ich liebe das, dass du nicht im Level gekickt hast. Ich hab auf eins geguckt. Der Schletter-Master-Farm, da bin ich mir sicher. Ich hab' auch wegzurennen, ich werd' gleich geportet. Dann sah sie ein flimmendes Licht. Zouja glitt durch die... Hm... Der Trine. Wie lästig. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sag mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und... Glaubst du, das können wir zu Level 1? Du kannst ja nochmal nachgucken, aber ich glaube, das ist da. Ja, aber das ist hilfreich. Ah, hier kann man die Level richtig auswählen. Gut. Geh. Weiß nicht, ob du das auch kannst, aber die Geschichte beginnt, gibt es Monster-Erfahrung. 505. Man kann es von mir gar nicht auswählen. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Außer da, wo man runterfällt, da oben ist irgendwie noch ein Gegner, den man töten muss. Ja, das ist das Problem. Warte mal, das fehlt uns hier eigentlich nicht für Erfahrung. Ja, das ist ja Erfahrung. Was ist jetzt das hier? Eine Level-Erfahrung? Womit fehlt nur Monster-Erfahrung? Ach, da. Ach nee, das ist Monster-Erfahrung im ganzen Spiel oder was? Das ist das Spiel oder was? Ah, ach, wenn es ein paar hundert sind, dann ja. Ach so. Ich meine, Frage ist beantwortlich. Okay, hier fehlt eine Level-Erfahrung. Okay, hier fehlt eine Level-Erfahrung. Vielleicht habe ich es überhört oder so, aber ich glaube, du hast am Anfang dieses Videos nicht erklärt, warum zu Hölle würde ich jetzt noch ein bisschen. Ja, XP. Ja, XP. Cool. XP und die fehlenden Kisten. Und wir haben es so eingestellt, dass wir jeden Charakter benutzen können. Das sind Handelbar auf dem gleichen. Ja, da kennst du eigentlich das, dann. Kann man. Kennst du, das Wasser fließt nicht mehr? Natürlich fließt, das fließt weiter jedenfalls. Ach so, das fließt da ran. Ja, auch eine tolle Idee. Wenn ich ein Level versucht, abzuschließen, nur mit dem Charakter, dann kommst du auf die Idee, das meinst du fest. Ich habe nämlich das Kolo-Erfahrung. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Hier muss schon mal ein Warnwarn sein. Das haben die Angst gegeben. Können wir das mit dem Einfirm feststellen? Einbringlinge, ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Hol deinen Pikser, wir kochen den großen Wippen. Aaaaaaah! Ah, Kobolde? Angriff! So, jetzt müssen wir da einen drauf bringen, der auch eingefroren ist. Äh, dann würde er da unten nochmal einfließen. So, ich frage, ob er da nicht stirbt. Ja, wenn er im Cage stirbt, wird er doch. Die schaffen das nur einmal. Der ist wieder aufgetaut, mache ich kaputt. Ja, wir brauchen irgendeinen Zweifel. Da vorne aber vielleicht hat er noch einer. Ja, da. Der kann auch stehen. Also, der andere ist auch schon wieder zu hoffen, der Gegner. Weil zweimal überleben kann ich nicht. Ich kann die nur einmal einführen. Jetzt kommt dann wieder keiner mehr. So. Sind wir dafür hier, Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich mag sowas. Ich nicht. Warum kannst du nicht selber hochschweben? Äh? Wer schwebt? Ja, hochschweben sie selbst! Ja, hochschweben sie selbst! Du kannst dich selber hochschweben. Nein, eben nicht, obwohl ich schweben, wo das zur Falle ist! Stell dich mal auf deinen eigenen Kasten. Hab ich gerade! Okay, dann check ich dich. Egal, brauchst du Hilfe? Kannst du mich da zumindest hochschweben? Stimmt. Ja, dann mach! Ich gehe da gerade nicht runter. Ach, Gott. Ja, ich gehe da runter. Ich lasse. Warte, ich will da hochschweben. Steht mal die Plattform auf der ich ziehe. Leger und Sieg! Leger und Sieg! Ja, schön, Morosanjau! Da ist nur ein... Ne. Das war da nicht stark, nicht. War nur von Herzen. Das war auch von Herzen. Eigentlich sah man ja das Ding da, muss ich da haben. Oh, manet. Kann man nicht runter. Na, na, na. Oh, warte, hier liegt irgendwas. Ungeholt. Jedes Charakter ist wieder los. Man kann die wieder öffnen, auch geil. Ja, noch einmal steht an der Filter, bis zum letzten Mal gar nicht angepricht. Das war doch für die anderen Seite. So, ein Kombo. Wenn man wirklich weiß, am Next Level schuldig nur ein Spongebob. Oder nur als Magier, siehst du ja aus. Auf jeden Fall ohne Wettbewerb. Oben ist Leben. Was ist denn da oben? Warum ist das in der Plattform? Hast du was für nichts gefunden? Keine Ahnung, da oben ist auf jeden Fall eine Plattform, aber ich weiß nicht, ob irgendwie Sinn hat. Dann war wahrscheinlich Level-Erfahrung eingeklemmt, wie wir schon haben. Stehe ich hier oben, sehe aber fast gar nichts, weil es so dunkel ist. Als immer sein kann, dass du das Zeug hier rechts mit kannst, dann... Guck mal. Aber er lässt du dich, dass du hier drin hast. Und dann habe ich hier, sehe ich hier nichts. Nur diesen Fall, seit dem man nicht braucht. Ich muss hier den aktivieren. Karte, zurück zwei. Ne, doppel links, doppel links. So, doppel links auf einem Ding, damit... Toll. Hattest du dann eigentlich wiederbeleben? Nein! Oh, schade. Wie denn? Gibt keine anderen Charaktere. Dafür will... Warum gehst du jetzt weg? Ich will da rein! Wum! Ach, voll. Ist doch nichts, das wird ein Schalter. Da geht mal den Garten flühen. Na, ist immer wieder alle. Ich weiß nicht, was hat's getan? Da kam ein Paarstuhl. Oh, ich habe kein Paarstuhl. No. Ich weiß nicht, da oben ist nur einer. Hier! das war ja 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 Oh, hier kannst du das Rampolinertiefen super easy machen, das empfehle ich dir gleich zu machen. Danke fürs Teleportieren. Du brauchst nur, mach dir ein paar Grad, ich sitze damit hier 10 Sekunden lang rum. Super süß. Wenn ich da zaubern könnte, du die Gegner weg machst. Also, ich hab mir einen großen Kasten gemacht und der ist relativ gleichmäßig geflogen. Der dreht sich die ganze Zeit, der Sack. Darf man überhaupt springen, muss man drauf stehen, da ist. Einfach damit rumspringen. Aha. Wenn du meistens drauf stehen gehst. Danke, er ist auf jeden Fall ein Schiff. Hat sogar ein Geräusch gemacht. Ja. Immer so. Hm, ein Gedicht? Merkwürdig. Was für ein lustig aussehender Fels. Aber das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Das ist eine Riesenschnecke. Appetit hat die Kleine. Steht nicht. Ha! Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Hm. Das ist auch nichts. Ich will sie anfinden. Ich will sie anfinden. Ich will sie anfinden. Da oben ist so ne Blümchen. Ich glaub von der ist kommt mal weiter. Also ich bin für mich sicher, dass man hier weiter geht. Na ich mein weiter zu neuen Sachen. Hm. Ich seh hier oben da irgendwie gar nichts. Ich bin froh. 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 Was ist der Problem? Ich hab da das Ding eingeflemmt, aber es ist weg Ich glaub die Blase platzt Hä? Was ist bei weiter oben was ist? I believe I can fly Ich glaub da ist wahr Warum lässt du mich fallen? Du warst außerhalb meiner Spielstände, aber wir können uns gegenseitig hochheben Warum? Komm, stell uns So, ich stell dein Zimmer Äh Darf ich nicht drehen Ich drehe es ja nicht, ich bin ganz normal grad nach oben gegangen Okay Hör auf mich näher ran zu tun Aha Als du uns berührt hast, warum schiebst du mich näher nicht ran? Das war schön Ich will weiter nach da drüben Ich will weiter nach da drüben Links oder rechts? Nein, nach da drüben, wo ich hingeschossen hab Da Oh, meine Blase klappt Unast Bist du was da nur? Ich dachte irgendwie hier in dem ganzen Dusch werken wird Ich glaube es stinkende Anscheinend nicht Ah Das bringt mich nicht hoch Ich bin doch so Ja, ich dachte noch ganz ganz oben Warum lässt du es überhaupt so weit raus gehen? Zieh doch gar nicht so weit raus, dass du es nicht mehr heben kannst Du hebst mich und bist in der Tat über Ah, meine Kamera geht nach rechts unten, was soll denn das? Kannst du mich nicht gehört ziehen oder was? Wir stehen gleich direkt aneinander Da ist die Kamera so, dass ich nicht mal meinen Oberkörper sehe Also ich bin gerade nicht mehr im Bild Spürst du da oben irgendwas? Spürst du da oben irgendwas? Spürst du da oben irgendwas? Nicht so, tschüss Äh, so machen wir mal Part Ende Also tschüss